Zum Beispiel von Daniel und Ben. Doch die Erwartungen der Mitstreiter sind hoch. Ich verwundere mich, dass überhaupt Gastronomie hinpasst. So mitten im Wohngebiet, nicht viel Büro oder sowas. Von daher muss man natürlich dann letztendlich schon ein Produkt abliefern, das man hier Anklang findet. Auch Markus und Redo machen sich schon so ihre Gedanken, was sie in Großglienicke erwartet. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig neugierig, weil ich sage mal, Holger ist ja nun mal deutsch und er wird uns heute wieder eine mesische Küche präsentieren mit seiner Frau. Wie schmeckt das? Das wird auf jeden Fall interessant. Die Mitstreiter sind für alles offen. Beste Voraussetzungen für Holger und Mai. Holger, Tagchen! Hi, hallo! Hi, morning, morning, Holger! Herzlich willkommen im My My's Little Kitchen. Kleiner war fein. Von außen, jetzt wäre ich glaube ich dreimal dran vorbeigefahren. Hauptverkehrsstraße, du hast halt gerade kein Parkplatz direkt vor der Tür. Stimmt nicht. Rechts, da bist du ein Parkplatz. Geht schon mal rein, sucht euch schon mal einen Platz. Bin gleich bei euch. Alles klar, danke dir. Gerne. Danke. So, für die Jungs wird es heute richtig heiß, denn meine Küche und ich, wir sind die Schärfsten. Aber am Ende muss das Gesamtkonzept stimmen. Wie finden die Herren denn zum Beispiel den Gastraum? Klein, aber fein, oder? Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja. Direkter Blick zur Bar und zur Küche. Wunderschön mit dem Backstein. Macht einen sehr tollen Eindruck, eine schöne Gemütlichkeit. Es fühlt ein bisschen vitamisisch aus. Oder auch in der Atmosphäre. Alles, was asiatisch ist, ist immer so rote Lampe, irgendwelcher Buller, der da in der Ecke winkt. Also, das ist für mich hier total klar, das ist für mich modern. Also, ich finde es gut. Und auf nach Vietnam. Chang'e. Noch schnell mit dem Besteck vertraut machen und dann wird es ernst. Ja, hallo Jungs. Jetzt stelle ich euch mal meine Frau vor. Das ist die Mai. Hallo Mai. Die wird heute kochen. Ich mache den Service. Würde ich euch mal die Karten geben. Meine Frau geht schon in die Küche. Holgers Karte ist übrigens sehr zu Redos Freude zweisprachig gehalten. Nunchei. Gariga. Gargau. Komm. Der Redo versucht die ganze Zeit irgendwie asiatisch nachzusprechen. Voll cool. Rote Grütze à la Mai Mai. Das kann ich ausbrechen. Und was fällt beim Blick auf die Karte sonst noch auf? Die Desserts an sich jetzt nicht so vietnamesisch, außer dieses à la Mai Mai. Bei uns sind die Desserts nicht so asiatisch, weil es im asiatischen Raum wenig Süßspeisen gibt. Deswegen ist bei uns die Dessertkarte auch ein bisschen kleiner und wir konzentrieren uns da wirklich lieber aufs Essen. Da hat er wirklich recht. Wir schiffen ja alles an. Aber es hat niemals den Geschmack, wie es da drüben in Vietnam ist. Also deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr in Ordnung. Mal horchen, wonach Holgers Mitstreitern der Sinn steht. So Jungs, da bin ich wieder. Habt ihr was Schönes gefunden? Ich nehme die Wantan-Suppe und als Hauptgang natürlich wieder, was soll es anders sein? Antricot? Der Redo steht auf Fleisch. Dann entspannt euch nochmal ein bisschen und ich komme wieder. Und das deutlich früher als gedacht. Ich nochmal. Mensch, Redo, mein Unvermögen. Wie hättest du denn gerne dein Endtrikot? Naja, das weißt du doch. Das hast du doch gestern schon gesehen. Schön, medium, denke ich. Der Maike hat mich eigentlich drauf hingewiesen. Ja, sorry, vergessen. Nee, ist nicht schlimm. Du hast nichts vergessen, weil dir ist eingefallen, bist zurückgegangen. Bei uns ist es halt einfach so, dass wir in der Speisekarte ganz, ganz nett reinschreiben. Wir grillen ihr Steak stets medium. Sollten Sie einen anderen Wunsch haben, teilen Sie es uns bitte mit. Jetzt geht's für Mai und ihre Kochkünste. Tiefvorspeise zubereitet unter Beobachtung. Hey, Mai, Mai. Hi. Hallo, Mai. Mai. Was bereitest du Schönes vor für uns? Ich mag jetzt ein schönes Rindfleischsalat. Das ist meine Vorspeise. Habe ich heute bestellt. Genau. Wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Hast du es dir gelernt oder ist dein Hobby sozusagen zum Beruf geworden? Ja, ich weiß auch nicht. Ein Kocken ist das Einzige, was ich kann. Wahrscheinlich. Das ist so wie ein Traum. Und jetzt ist, na, unsere kleinen Lieber. Erfreulich für euch. Ja, ja. Mal gucken, wo die Chefin ihr Fleisch lagert. In kleinen Küchen habe ich auch kleinen Kühlschranken. Guck. Da lagere ich extra nur Fleisch. Ich habe heute ein schönes argentinisches Fleisch. Wir nutzen nur das Fleisch. Okay. Ist weich und zart. Zart? Ist nie verkehrt. Was sind das für ein Gewürz? Das ist vietnamesischer Pfeffer. Das hat meine Mama mitgebracht aus Vietnam. Dass sie die Würze natürlich aus der Heimat mitbringt, macht die Küche natürlich noch authentischer. Der hat ein schönes Aroma. Okay. Also sehr nackt Pfeffer und scharf. Zurück zum Mais-Rindfleisch-Salat. Wie schnibbelst du das Fleisch? Das Rindfleisch wird so dünn wie möglich geschnitten. Falls was unklar ist, fragt ruhig nach, Jungs. Auf der Karte, das heißt... Goy-Baw. Und Baw heißt Rind. Baw heißt Rind und Goy heißt so ganz schnell frisch. Gai heißt frisch. Dann müsste es eigentlich das Restaurant heißen Gai Mai. Gai Mai? Hey, Mai Gai. Mai schnibbelt ihr Gemüse schräg. Kennt man ja aus der asiatischen Küche. Inwiefern könnt ihr das so rüberbringen, dass es authentisch nach eurer Küche auch so geht? Wichtig ist die Gewürze. Guck mal, Zitronengas, Knoblau, Schalotten und wie du mit den Zutaten umgehst, wie du brätst, wie du mixst. Nun zur Frage aller Fragen beim Asiaten. Magst du Schaub? Sehr gerne. Bei mir musst du bitte ein bisschen sparsam sein. Ich bin da nicht dran gewöhnt. Beim Erzählung kriegt ihr schon roten Kopf, ne? Das bringt wunderbar mildes Geschmack. Das nutze ich sehr gerne. Das ist Peperoni, das kennst du auch. Wenn es halt zu doll ist, dann nehme ich halt die anderen Produkte gar nicht mehr wahr. Und man kann halt natürlich auch, wenn man ein schönes Grundprodukt hat, es damit eigentlich letztendlich auch verfälschen. Sehr wichtig bei dem Salat ist Minze. Das ist so marokkanische Minze, der hat nicht so scharfes Minz. Also eine englische Minze würdest du sozusagen nicht nutzen, weil die hier zu intensiv ist. Nicht zu fesse Minze, genau. Wir haben hier nebenan eine Thai-Frau und jetzt pflanzt sie thailandische Kräuter, vietnamesische Kräuter. Und das ist wie ein Traum für mich. Coole Sache, aber das ist auch, besser geht's doch gar nicht. Also höre ich lieber, als wenn jemand sagt, das kommt vom Großmarkt. Aus Nachbars Garten direkt in die Salatschüssel. Nicht schlecht. So, jetzt ist der Salat so fast fertig. Ich brate nur noch das Rindlein, das ist schön Zitronengarzt. Plus ein weiterer Klassiker der asiatischen Küche. Bisschen Tamarindensauce. Das nutzt ich meistens für Rindgericht. Tamarind, kennst du? Nee, kenne ich nicht. Tamarind-Sauce. Das ist also die Frucht vom Tamarindenbaum. Und es schaut aus wie eine überdimensionale Erdnuss, sag ich jetzt mal. Und ja, und ist halt sauer. Wie brätst du dein Fleisch jetzt an? Du lässt es schön hochtemperieren, sodass es wirklich einmal nur ganz scharf anbrätst und dann nimmst du es gleich wieder raus, sodass es noch ein bisschen medium und saftig ist? Jetzt zählt jede Sekunde. Da Mai das Fleisch recht dünn geschnitten hat, darf sie es wirklich nur ganz kurz anbraten. Sonst Schuhsohle. Guten Hunger, lieber Ben. Da ist der Chili. Okay, na dann muss ich jetzt da mal durch. Und geht's vom Schärfegrad oder Alarmstufe Rot? Also dafür, dass ich kein Scharf esse, ist es wirklich noch entspannt. Ob Ben weiß, dass manche Chilis ein bisschen länger brauchen? Feuer aufs Ohr. Dementsprechend hätte ich danach gerne ein Glas Milch gehabt, ja. Sehr gerne. Dankeschön, dass wir Dein Reich gucken durften, ne? Alles Gute. Sehr gerne. Kurze Zeit später rückt das Potsdamer Power-Duo auch schon mit den Vorspeisen an. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Danke euch. Dankeschön. Markus kostet die Hühnerspieße in Erdnusssoße. Die Wantan-Suppe mit Garnelen geht an Redo. Daniel wählt den Rindfleisch-Salat in Fischsoße. Und das ist Bens Reisbandnudelsuppe mit Huhn auch Fö genannt. Redo schlürft direkt drauf los. Wie isst du denn deine Wantan? Das ist genau mein Geschmack. Ich kann einfach nur sagen, ich hätte ja noch drei Töpfe. Ja, man merkt es, das ist hausgemacht. Ja, weil die halt sehr ungleichmäßig gebunden sind. Perfekte Abstimmung. Von meiner Seite der Farbentyp mal wieder. Da muss ich sagen, Pak Choi, schöne knallige Farbe, macht gleich Lust auf mehr. Daran sieht man auch, dass die Brühe frisch eingesetzt wurde, mit der Einlage nichts überkocht wurde. Von daher, also eine Top-Frische, die man da geliefert bekommt. Es ist ein Gedicht. Super, so schnell leer, ich wünsche mir eine neue her. Ah! Mal horchen, was Daniel über seinen Rindfleisch-Salat in Fischsoße berichtet. Sieht sehr frisch aus. Ja, verschiedene Gemüse dabei. Ganz genau scharf für mich selber. Die Gurken, Tomaten, plus auch die Zymtole, Gras, war ich auch in der Küche gesehen. Frisch vorbereitet. Und besonders mit solchen argentinischen Hilfstück. Das ist die beste Idee für die vietnamesische Soße. In Berlin gibt es so viele vietnamesische Küche, aber so mega begeistert war ich noch nicht. Ist ja mal ein Kompliment auf höchstem Niveau, ne? Bens Reisbandnudelsuppe ist ein Klassiker der vietnamesischen Küche. Eine schöne, kräftige Brühe. Also wirklich, so wie so eine Karte stand, das verspricht auf jeden Fall auch alles. Ich als Koriander-Fetisches werde hier auf jeden Fall... Glücklich. Total glücklich. Alles dabei, was man sich klassisch in der Faux vorstellt. Zusätzlich noch rote Zwiebeln habe ich so jetzt noch nicht gehabt in der Faux. Finde ich aber persönlich auch wieder schön. Wie ich immer gerne sage, schönes Farbspiel. Hat man wohl auch eine schöne Röte mit bei. Ja, Farbe, das mag er. Frisches Gemüse. Das hat auch seine Farbe beibehalten. Das heißt, es ist nicht überkocht. Schönes, zartes Hähnchenfleisch. Schön dünn geschnitten, sodass es sich auch schön vermengt in der Suppe. Sodass man nicht nur ein großes Stück hat und das sozusagen zu teilen muss. Finde ich sehr gut. Also von meiner Seite aus, das gibt eine gute Punktzahl. Fehlt noch ein Vorspeisen-Fazit. Markus' Hühnerspieße in Erdnusssoße. Na Markus, wie sind die so? Ein bisschen Koriander ist jetzt nicht persönlich mein Fall, mein Geschmack. Aber vietnamesische Küche ohne Koriander geht nicht. Es hat eine schöne Schärfe auf der Zunge. Für mich so super vom Würzgrad her. Für mich persönlich ein klein bisschen zu trocken. Das können wir mal für die Kritik mitnehmen. Ich weiß nicht. Jetzt kommt der Klempner mit dem Hackerbeilchen. Spaß. Ich habe mal die Köchin gleich mitgebracht. Wie war es? Seid ihr zufrieden? Ich hatte eine kleine Frage. Persönlich war das Hühnchen ein bisschen trocken. Mai mag es kaum glauben. Besser noch mal probieren. Ich lege es immer in Gewürze ein. Das kann doch sein durch die Aufregung, dass ich zu lange an der Pfanne ... Verratskeim habe ich gestern auch gemacht. Aber ich werde nächstes Mal noch mal draufacken. Ja, es kann passieren, aber die Erdnusssoße top, größte die Erdnusssoße drauf. Super Gericht. Wenn sie die Soße separiert gegeben hätte, hätte man halt doch mehr die Marinade vom Saté-Spieß noch gemerkt. Also das Fleisch wird mariniert und es kommt die Soße drauf. Da sind wir nicht in Europa. Das gibt es nicht. Auch die Frühlingsrollen kennt man hierzulande anders. Schöne Geste gewesen von dir mit den Frühlingsrollen hier backen. Was wir uns jetzt bloß ein bisschen gewundert haben. Es geht vielleicht so in die Kokosrichtung, was außen als Panade drin ist. Das ist Reispapier. Netzreispapier. Netzreispapier. Das wird mit einer Kelle, mit ganz vielen Löchern, wird das in einer Pfanne gelegt. Und wenn man die dann frittiert und in wirklich ein schönes, heißes Öl reinmacht, dann gibt es da noch mal dieses Buff und dann gehen die so richtig schön auf und dann hast du dieses knusprige. Man hat draufgebracht und es hat gleich einmal durch den Raum geknatscht und so stelle ich mir auf jeden Fall eine schön ausgebackene Frühlingsrolle vor. Der Ben ist fachlich sehr versiert und hat eigentlich gestern, vorgestern immer ein bisschen was gesagt, aber hier völlige Begeisterung. Umso wichtiger ist es, dass jetzt bei den Hauptspeisen alles glatt läuft. Hallo Mai. Hi. Hi, hi. Was macht das Schönes? Pumsa Saat. Okay. Pumsa Saat. Gebraten, Garnelen, Zitrone, Chili. Also Chili, Zitronengras. Zitronengras, Schalottenklub, nimmst du jetzt immer für ein Gericht? Ich nutze die Hälfte von den Charlotten. Ich tue immer getrennt hier, das ist später für Gemüse. Auch die Chili darf natürlich nicht fehlen. Ist es dann doll scharf? Leistungsschärfe, nicht sehr. Nee, ist nicht scharf. Hat ja auch jeder ein anderes Schärfeempfinden. Na Jungs, warum plötzlich so schweigsam? Atme mal tief durch. Also das ist so zu sagen. Also es ist scharf. Ist scharf? Ja. Ich hab gedacht, ich bin der Drache, ich muss Feuer spucken. Ja. Ja, die weichen Deutschen immer. Boah, boah. Wassermarsch. Passiert mir auch ständig. Jetzt aber volle Konzentration auf die Garnelen. Woher bekommst du die Garnelen? Wir kaufen die Garnelen aus Großhandel. Ja. Das ist der Black Tiger. Und für Wok passt perfekt. Weil zu groß, da musst du wieder grillen und einleg vorher. Und warum schneidest du sie dann nochmal so an? Beim Wok? Ja. Das kann ich nicht schmoren. Aha. Und das ist unterschiedliche Größe. Guck mal, das ist kleiner und das ist dicker. Okay. Dann ist in der Mitte noch nicht durch. Übrigens war das eine Garnelen. Ja, ist schon der Darm entfernt. Das kann man so kaufen. Wie nennt sich eigentlich diese Wok-artige Pfanne? Wir braten meistens mit Chao. Die Leute denken immer, das Wok ist halt allgemein. Vietnam wird auch Wok nennen, aber wir haben ein Wort für diese Pfanne. Von dieser Pfanne. Den Wok gibt es ja im Vietnam so gar nicht. Chao. 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 Was machst du jetzt für ein Öl rein? Was ist ein spezielles Öl oder? Äh, ich schmuck so nach null Öl. Kein Rapsöl, weil Raps halt zu intensiv für mich. Kann man durchaus verwenden, weil es hat halt neutraleren Geschmack als Rapsöl. Wie wärs mit der guten alten Butter? Wir kennen Deutsch, also Vietnam gibt's keine Butter. Und die Butter für Garnelen ist doch... Nee, ist klar. Ich war jetzt heute Abend noch nie Butter kennengelernt. Nur in Hotels für uns Europäer. Bisschen Chilipasta. Hoffentlich nicht zu viel, denn Markus mag's ja nicht so scharf. Und beim Schwenken nimmst du nur Stäbchen? Gar kein anderes? Nee. Das lerne ich von Oma, von Mama. Ja. So wird's also auch genau original von Vietnam gekocht, ja? Wie in Vietnam. Wo man so bei anderen Asiaten schon mal eben halt gegessen hat oder so. Die wurschteln da mit ihrer Pfanne rum und da so trainiert. Hauen da mit der Schöpfkelle und sie macht das ganz filigran. Die Mai hat so eine ansteckende Art. Das ist, ne? Also da brauch ich nicht mehr zum Therapeuten gehen. Ich geh zu Mai. Therapeutisches Kochen auf dem Land. Wiesensalz. Wiesens Zucker. Immer ne gute Idee. Und weiter? Und ein bisschen von Limetten. Ah, schön frische Limette rein. Sehr schön. Was fehlt noch? Müssen wir noch Wok-Gemüse braten. Aber erstmal die Garnelen in Sicherheit bringen. Normalerweise siehst du, sie lassen die Garnelen drüber Fleisch drin und schmeißen alles andere rein und dann wird das irgendwann trocken und durchgegart. Sie unterbricht den Garprozess. Garnelen raus. Sport. Das find ich super. Zitronengas und Schalotten. Dieses Mal werde ich ein bisschen Chili reduzieren. Lieber noch ein paar mehr Zwiebeln. Hach. Das ist aber auch eine Farbenpracht in Mai's Wok. Beziehungsweise in ihrem Ciao. Was ist das für Soße? Außensoße. Und was ist das genau? Was ist da alles drin? 80% aus Außen. 10% davon ist Sojasoße. Wasser stärker. Und? Ist es lecker? Geil. Interessant. Die bereits angebratenen Garnelen gibt Mai jetzt erst dazu. Was hast du jetzt da für einen schönen Fong? Was ist das? Ganz kleine Hühnchenbrühe. Okay. Und der Fong kocht dir selber, oder? Ich koch es selber. Ach, sehr schön. Dass da auf keine Pulverchen zurückgegriffen wird. Das schmeckste, das ist Liebe, das ist Handwerk. Das ist einfach nur toll. Guck mal, ein Gericht ist jetzt fertig. Okay. Das ist sehr lecker aus, auf jeden Fall. Mega. Alles gut. Dann bis gleich. Okay. Sehr interessant. Tschüssi. Bis gleich. In Mai Mai's Little Kitchen steigt die Spannung, können die Hauptspeisen bei den Mitstreitern punkten? Wow. So Jungs, kann es losgehen. Ist der Papst katholisch? Her mit den Leckereien. Wir wünschen euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Danke. Und wir sehen uns wieder später. Markus gelüstet es nach den Garnelen in Zitronengras. Das Hühnercurry mit Zitronengras ist für Daniel. Redo kostet, genau wie Mike, das Entrecote à la Mai Mai. Und Ben erwartet das Rinderfleisch mit Brokkoli. Wir sehen uns beim nächsten Mal.